Eines sag ich euch Leute, es ist ne ziemlich geile Sache, gegen die bösen Jungs zu kämpfen. Vor allen Dingen im Auftrag der US-Regierung. Panama läuft aus dem Ruder. Willkommen im Dschungel! An diesem Punkt komme ich ins Spiel, um aufzuräumen. Wann war dein letzter Einsatz? Ist ne Weile her, ich bin eingerüstet. Immer schön auf den Kopf ziehen. Ich rede mit mir selbst. Und das Genickbrechen, den man ihn abgestochen hat. Doch wenn man jemanden braucht, um ne harte Nuss zu knacken, dann gibt's nur einen. Bäcker. Wenn's nicht nach Plan läuft, will ich kein Blut an meinen Händen sehen. Blut an Ihren Händen? Das sieht eher nach ner Handkrieg aus. Die CIA sucht also ständig nach kreativen Möglichkeiten, sie zu finanzieren. Erster Punkt der Tagesordnung, kauf einen russischen Kampfhubschrauber. Im Gegenzug kriegen wir sowjetische Waffen und Geheiminfos. Ich hab doch ne Frage, wie ist das ganze legal? Klar! Müssen Sie uns mal über den Hubschrauber reden? Nachher. Panama hat einiges für einen Mann, wie sie zu bieten. Kommen Sie runter, Bäcker. Genießen Sie es. Also, bis hat die Gelimmern. Und jeden, der in seinem Umfeld ist. Wer für Teufel hat euch geschenkt? Dafür werden Sie verdammt noch mal böse. Ich ziehle gerade auf Senior Bäcker, aber das macht ihn noch saurer. Na toll. Maxis, Maxis. I can not fit in the Maxis. kann man guttiere als der Hubschrauber nutzen. Is es auf der Seite.